Schau Phineas und Ferb im Disney Channel Agent P Nun ja Aufgrund ihres unmöglichen Verhaltens der letzten Tage Das ich von einem Agenten ihres Formats niemals erwartet hätte Sie waren der Beste ihres Gebiets und ich Eigentlich weiß ich nicht, was an diesem Ausschnitt jetzt so böse sein soll, aber Uns bleibt keine andere Wahl Wieso? Wieso haben Sie das getan? Noch nicht, Carl. Warte, bis ich fertig bin Sie sind offiziell entlassen Gut, jetzt, Carl Wieso? Wieso haben Sie das getan? Nehmen Sie ihn fest Großalarm, Großalarm, abtrüniger Agent auf der Flucht Hey Freunde, seht wer uns mit seiner Anwesenheit beirrt Weißt du, mir ist unlängst aufgefallen, dass sich Feuer am besten mit Feuer bekämpfen lässt Und mit Feuer meine ich Peri das Schnabeltier Und mit Feuer meine ich auch Peri das Schnabeltier Ist mir beim Grillen eingefallen Ich habe Doppelgänger von dir hergestellt, die dich zerstören werden Sieh ihn dir an, den Schnabeltier vervielfältige Ginator Das ist Terry das Schnabeltier Hier haben wir Larry das Schnabeltier Und das hier ist Jerry das Schnabeltier Er war der Erste, der vom Band lief Und er war so süß, da konnte ich ihn nicht Nein, nein, Jerry Du darfst niemanden schlagen Nein, lass uns darüber reden Wie auch immer, es geht los Schnappt ihn Jaha Jerry Verflucht seist du Peri das Schnabeltier Ja Ja